Ja, ich bin ja erklärtermaßen kein Fan dieses YouTube-Geprotze à la mein Haus, mein Tesla, meine Uhren, mein Gaming-PC und so weiter und so fort. Aber seit ich hier mal ein Video gemacht habe, wo ich gezeigt habe, wie mein Pult hier ausschaut, wie ich mit dem Mac Mini Livestreams mache, wie das mit dieser 10-Giga-Internetleitung funktioniert, kriege ich immer wieder Anfragen und Zuschriften. Dann, Raphael, wie machst du das? Was ist denn das? Das ist ja verrückt und so schnell und was kostet das? Und ja, ganz viele von diesen Anfragen kommen aus Deutschland. Viele schreiben dann, bei uns geht das nicht, bei uns kostet das ein Vermögen. Kannst du das nicht mal im Detail zeigen, wie ihr das in der Schweiz da so macht oder was ihr da so habt? Nun, das kann ich und das machen wir heute. Aber bevor wir loslegen, erstmal der Tatbeweis. Weil reden kann jeder, aber ich würde sagen, wir schauen es uns erstmal an. Live-Kamera aktivieren. So, da. Sieht man meinen Pult schon und anhand der Wellengrafik, da oben seht ihr auch, es ist live. Ich klatsche mal eben. Da wird also nichts geschummelt. Und los geht's. Mal schauen, was wir hinkriegen. Es ist immer etwas Tagesform abhängig. Und es beschleunigt rauf, auf. Knacken wir die 8? Ja, wir knacken die 8, Giga. Und runter, was schaffen wir da? 3, 4. Oh, beachtliches Resultat. Ich kann euch mal noch ein paar andere Resultate zeigen. Ergebnisverlauf. Ja, runter schaffen wir immer so irgendwo 8 rum. Rauf habe ich auch schon über 6 hingekriegt. Ja, auf jeden Fall, der Tatbeweis ist erbracht. Das Internet ist hier rasend schnell. Die 10-Giga-Leitung verpufft nicht. Aber wie funktioniert das nun? Gehen wir der Reihe nach durch. Als erstes braucht man natürlich den Glasfaseranschluss, den ich glücklicherweise hier im Büro habe. Der kommt da aus der Wand raus und geht per Kabel in die Sunrise-Box. Genau, ich habe ein Abo beim Schweizer Anbieter Sunrise. Das ist keiner dieser fancy Anbieter, wie beispielsweise Init7, den alle Tech-Fans so lieben. Der ist auch großartig, aber mir ist der ein bisschen zu teuer. Ich bin geizig. Na, ich bezahle für den 40 Franken pro Monat. Das ist ungerechnet rund 38 Euro. Wie gesagt, 38 Euro für die 10-Giga-Leitung. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Deal, den ich habe. Aber das ist irgendwie nicht ein Sonderdeal, weil ich irgendwie Technikjournalist oder YouTuber bin. Nein, das war auf allen Plakatwänden zu haben. Den Deal konnte jeder abschließen. Das ist also keine Leistung meinerseits. Also, wir haben Glasfaser aus der Wand, kommt rein in diese Box. Und dann geht es natürlich weiter. Diese Box hat einen 10-Giga-Ausgang. Genau, das ist natürlich ganz wichtig, weil was nützt ihr 10-Giga-Internet, wenn es dann irgendwo in der Box verpufft, nein, das muss weitergereicht werden. Und da ist ein 10-Giga-Ausgang natürlich elementar, wenn man eine 10-Giga-Leitung irgendwo hinhaben möchte. Darum braucht man danach ein entsprechendes Netzwerkkabel. Da habe ich mich sehr schwer getan, weil ich habe dann gemerkt, da gibt es verschiedene Standards, die das vermutlich können. Manche können es ein bisschen besser. Da müsst ihr euch mal bei Netzwerkprofis umhören. Ich habe es einfach pragmatisch gelöst. Ich habe gesehen, irgendwie so ab WLAN-Standard 6, 6, 5 könnte es funktionieren. Aber es gibt auch Standard 7. Also habe ich mir einfach Standard 7 gekauft. War ja auch nicht wahnsinnig teuer. Ich habe mir so ein mehr oder weniger No-Name-Kabel gekauft für 35 Franken, 20 Meter, Kategorie 7. Falls jetzt jemand interessiert, ich verlinke das Kabel unten am Video auch. Das habe ich auf jeden Fall gekauft, 20 Meter lang. WLAN- oder LAN-Profis hätten jetzt eben gesagt, komm, hättest du irgendwie Gold-Anschlüsse genommen oder kürzer, dann wäre alles noch viel, viel schneller. Aber mir reicht das. Mir ist das mehr als schnell genug. Habt ihr ja gesehen, das ist großartig, wenn man große Videos hochladen möchte. Dann macht es einfach nur so, oder für Livestreams ist es halt auch super, dass die Verbindung wirklich super zuverlässig ist. Dann der Endpunkt der ganzen Kette ist natürlich auch entscheidend. Was nützt einem wunderbares 10-Giga-Setup, wenn man nicht den Endpunkt hat, der das auch nutzen kann? Es gibt tatsächlich nicht so viele Geräte, die das wirklich können. Und da kommt eben der Mac Mini ins Spiel von Apple. Ich habe mir den allergünstigsten an Black Friday gekauft. War irgendwie 100 Franken günstiger als sonst. Und dafür habe ich mir als Aufpreis, was dann wiederum rund 100, 150 Franken war, das 10-Giga-Lang-Modul reinbauen lassen oder einfach reingekauft, wo das schon drin war. Die haben den ja nicht nur für mich gebaut. Das ist wirklich großartig, weil ganz viele Geräte haben das nicht. Und der Mac Mini hat das. Das kam irgendwann im Verlauf 2021, kam ganz stillschweigend diese Option dazu, haben viele Leute übersehen. Ich fand es auch nicht wichtig, bis ich auf die Idee kam, wenn ich schon 10-Giga-Glasfaser habe, dann möchte ich das auch nutzen. Und darum habe ich mir dann den Mac Mini mit diesem Anschluss gekauft. Und da muss man nur noch das LAN-Kabel hier einstöpseln. Und das Ergebnis habt ihr ja gesehen. Rasend schnelles, kabelgebundenes Internet. Wirklich beeindruckend. Aber ganz viele von euch werden sich jetzt sagen, ja, aber was soll ich denn, lieber Raphael, mit Kabel? Das bringt mir gar nichts. Geht mir ja gleich. Zu Hause habe ich auch kein LAN-Kabel irgendwo rumliegen, wo ich irgendwas einstöpseln könnte, geschweige denn die Geräte dazu. Steckt mal ein LAN-Kabel, ein Handy ein. Gut, mit Adaptern und sowas. Vermutlich, aber nein. Entscheidend ist WLAN. Und da ist diese Box da hinten, die wir ja schon gesehen haben, gar nicht so schlecht von Sunrise. Hier hat nämlich schon WLAN 6 drin. Und ich möchte euch mal zeigen, wie viel davon jetzt ankommt. Und dazu haben wir, erster Kandidat, das iPhone 13 Pro Max. Zweiter Kandidat, gerade eingetrudelt, das brandneue Galaxy S22 Ultra, was sehr schnelles WLAN drin hat. Oder haben soll, hat Samsung auf jeden Fall gesagt. Schauen wir mal. Schnell kontrollieren. Oben drüber kann man noch aktivieren, dann könnt ihr auch mitgucken. Eins, zwei, drei. Noch ein bisschen Blende anpassen. Bei Samsung sieht man schon hier oben ein kleines, ich hoffe, man sieht es, ist winzig, eine kleine 6 neben dem WLAN-Symbol sagt, wir sind mit WLAN 6 verbunden. Dann beim iPhone auch noch kontrollieren, dass alles seine Richtigkeit hat. Auch mit dem richtigen verbunden. So, dann können wir uns vorbereiten auf den Tempotest. Und keine Sorge, wir machen die nicht parallel, das wäre ja unsinnig. Wir starten. Sieht man das? Ja, man sieht es. Man sieht auch noch das Mikro, was sich spiegelt. Falls sich jemand für Mikros interessiert, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Los geht's mit dem iPhone. Ja, 400 knapp verpasst. 350 runter, rauf, schaffen wir. 274. Ja, eher mager im Verglichen zu dem, was durchs Kabel kam. Schauen wir, was das Samsung hinkriegt. Und los geht's. Schauen wir, wie weit das kommt. Runter 57, das ist schon mal sehr ordentlich. Ja, jetzt bricht es auch ein bisschen ein. Nach dem Blitzstart. Ja, hat sich so auf 500 eingependelt. Und Ja, Upload ist dafür bei Samsung gar nicht gut. Nur 162. Ja, auf jeden Fall, wir sehen, selbst mit WLAN 6 ist alles so ein bisschen, na, wie sollen wir sagen, das tolle 10 Giga Internet verpufft förmlichst. Aber, wer den Livestream hier schon verfolgt hat, weiß, ich habe noch was in der Hinterhand. Plot Twist. Netgear hat mir die allerneueste und teuerste Variante des Orbi WLAN Systems ausgeborgt. Sie schreiben da hinten sogar Enjoy the planet's fastest and most advanced Wi-Fi. Das schnellste WLAN des Planeten ist aktuell WLAN 6e. Das ist der neue Standard. In der Schweiz ist er erst seit Januar lizenziert. Das sind dann drei Bänder statt deren zwei. Und in dieser Mega-Orbi-Box, die in der Schweiz 1700 Franken kostet, in Deutschland glaube ich 1500 Euro. Ich verlinke auch das unten am Video, dass ihr es nachschauen könnt. Da sind drei, also ein Haupt-WLAN-Router und zwei Satelliten sind dabei. Ein Satellit steht gleich hier hinten. Der andere steht da hinter mir. Und der Haupt-Router steht da hinten auf dem Regal. Und der kann jetzt WLAN 6e und nicht nur das. Er hat natürlich auch einen Eingang für 10-Giga-Internet. Jawohl. Ich muss das jetzt schnell umstöpseln gehen, weil das 10-Giga-Kabel, habt ihr ja gesehen, geht momentan unten durch in den Mac Mini rein. Aber jetzt leiten wir das 10-Giga-Kabel in den Orbi. Und dann schauen wir, was davon ankommt. Ich muss schnell umbauen gehen. So, schon mal umgestöpselt. Aber das dauert noch ein Weilchen, bis er parat ist. Er leuchtet noch rot. Aber das macht uns ja hier gar nichts aus. Beim Video machen wir einfach... So, da bin ich wieder. Und die Router sind parat. Das Samsung ist schon mal eingewählt. Sieht man daran, dass jetzt da oben auch wieder diesen winzigen Simböelchen 6e steht. Beim iPhone muss man es einfach wissen, welcher WLAN-Standard ist. Und das iPhone natürlich, das 13 Pro Max, hat natürlich nur WLAN 6 als Maximum. Wir schauen jetzt mal, was das iPhone hier rauszieht. Vorher war es 350, 270. Mal schauen, ob wir das übertrumpfen mit dem Wunder-WLAN, dem schnellsten WLAN des Planeten. Ja, bisschen besser auf jeden Fall. Und jetzt wird es natürlich spannend. Was schafft das Samsung? Weil das Samsung kann WLAN 6e, das ist der Standard, der dieses Orbi-System eben auch hat. Und das müsste jetzt wirklich merklich schneller sein als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Wo haben wir den Speed-Test? Da ist er. Vorhin haben wir geschafft. 500 runter, 160 rauf. Das müsste jetzt doch zu toppen sein. Los geht's. Und die 1-Giga-Marke ist geknappt. 1,5 Giga runter schaffen wir. Sehr, sehr gut. Samsung und Netgear. Und rauf schaffen wir auch ein Giga. Immer noch deutlich weniger natürlich als das Kabel in den Mac Mini, aber immerhin eine sehr, sehr beachtliche Leistung und deutlich mehr als WLAN 6. Mein Fazit daraus. Wer wirklich schnelles Internet haben möchte und wirklich auf jedes Giga ankommt, fährt mit Kabel weiterhin am besten. Wer hätte das gedacht? Aber, wenn es um schnelles WLAN geht, das 6e, der neue Standard, der holt halt doch nochmal eine ganze Portion mehr raus als WLAN 6. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viel da noch geht. Wirklich spannend, dieses WLAN 6e. Das Problem mit WLAN 6e ist natürlich, A, es gibt noch sehr, sehr wenige Geräte. Wie gesagt, ich habe deren zwei, die es nutzen können, nämlich das Galaxy S22 Ultra hier und dessen Vorgänger, das Galaxy S21 Ultra. Ja, sind momentan die einzigen Geräte, die ich habe, die 6e nutzen können. Auch Router sind aktuell noch rar und vor allem auch teuer. Aber, wenn das mal kommt, wird es natürlich wirklich spannend. Klar, Profis werden weiterhin auf Kabel setzen wollen, aber für zu Hause ist es natürlich wirklich toll. Und wie immer mit diesen neuen Standards ist es natürlich der andere tolle Effekt. Die Standards sind schlauer, sie können besser zwischen den Geräten jonglieren. Gerade wenn man alte Geräte im WLAN hat, ist das ja immer so ein Bremsklotz. Und sie sind einfach auch ein bisschen schlauer und können mehr. Und das ist schon sehr spannend. Aber ich habe mal den Verdacht, ja, bis WLAN 6e sich durchsetzt, sprechen wir Technikfans hier auf YouTube schon wieder über WLAN 7 oder sowas. Also das dauert immer ein bisschen, bis die Sachen im Alltag ankommen. WLAN 6 kommt jetzt so langsam im Alltag an. Und was macht der Zeier? Der jongliert schon wieder mit WLAN 6e rum. Also, falls das Video gefallen hat und nicht zu protzig war, Daumen nach oben. Falls ihr findet, gemein, Raphael, sowas zu zeigen, wir haben das doch nicht hier in Deutschland. Daumen nach unten. Nein, die Idee war natürlich auch ein bisschen zu zeigen, was eigentlich möglich ist, wenn sich alle Mühe geben. Also das ist wirklich toll hier. Ja, also die Glasfaserverbaufirmen, die Telekoms und alle. Also das ist wirklich ein tolles Angebot, was wir hier haben in der Schweiz. Wäre ja vielleicht in Deutschland auch möglich. Zwinker, zwinker. Ja, falls jemand bis so weit geschaut hat von den Verantwortlichen und nicht gleich frustriert abgeschaltet hat. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, in die Kommentare. Und falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Dann mit... Oh, etwas, was ich noch gar nicht erwähnen darf, weil es noch streng geheim ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020